Hallo meine Damen und Herren, Herzen, willkommen zurück. Let's play Payday mit Jemix Hohmann, Quillequalle. Wir spielen heute Grüne Brücke auf Normal und los geht's. Hallo und los geht's. Alle bereit? Ne, der Quille, ja. Deine Mutter hat beide, Junge. Grüne Brücke Richtung Süden. Hier wusste ich schonmal. Die Brücke nach Terra B. Hier wusste ich schonmal, sagste? Hier wusste ich schonmal. Was? Wie lang das dort ist, das geladen ist hier, das ist echt der Hammer. Blödes Alpha Spiel. Ich hab mir sagen lassen, Payday 2 soll wesentlich besser aussehen als das. Das heißt, bei Payday 2 wird ordentlich bei Battlefield 4 an der Tür geklopft. Next-Gen, ne? Last-Gen. So. Ich hab gedacht, das kratzt an Mario World oder sowas. Boah, das neue, das neue, oh fuck. Ich dachte, es kratzt sich an den Eiern. Das ist auch mein Lieblingsspiel, an den Eiern kratzen. Ja. Das ist ein Billard. E-Mario, E-Mario-Haltung, wie schön. Fünf gegen Willi, der schnellste Speedman kommt von Quillequalle. Komm doch mal. Ne, ne, morgen nicht da. Abends stand da. Meiner. Boah, wie diese Piste so schlecht ist. Na, damit grad'n Double-Headshot gemacht. Am 12-Jährigen haben schon einen siebenfachen Headshot gemacht. Ich krieg die. Der rutscht nicht. Der rutscht nicht. Oh, doch nicht. Ne, die rutscht nicht runter. Wenn ich hinlaufe, rutscht die nicht runter. Ne, die rutscht nur manchmal runter. Rutsch. RUNTER. Rutsch. RUNTER. RUNTER. Ja, jetzt wär's ungünstig, wenn ich dahinter stehen. Nö, das wär doch perfekt gewesen. Pass auf, Leute. Hier. Zack. Zack. So. Achtung, da kommen Mixer. Kann man nie... On the ground. On the ground, mein Freund. On the ground. Ich halt mal F gedrückt. So. Oh, da kommen direkt wieder die Arschgeweihe. Get on the ground. So. Bam. Sam Fisher ist direkt mal im Arsch, ey. Ja. Hast ihn einfach eingestampft, ne? Ich muss die Säge hier wieder anmachen. Zack. Ja, tu das mal. Ja, du das mal. Da, Alix, jetzt geh mal nicht so weit nach vorne. Ganz ehrlich, ey, du Mongo. Echt, Mann? Warum? Wir sind doch wie. Bist du ein Mongo, Alter? Ja, fäblich, Alix. Fäblich, Alix. Aua. 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 Das stirbt gleich übrigens. Deine Mama stirbt gleich. Ja. Das könnte sogar sein, ey. Aua. Aua. Lass sie mal ein bisschen rankommen, lass sie mal ein bisschen rankommen. Wird der Sturmangriff stärker, weil man mehr Geiseln hat? Nein. Glaube ich nicht. Was hältst du das dann eigentlich mit diesen drei Geiseln? Ja, dass man drei Geiseln hat. Cool. Dass man die dann hat. Falls einer in Haft kommt, kannst du den mit der Geisel eintauschen und dann wieder ins Spiel. Cool. Ja, das stimmt. Ja, da muss man wissen, wer der hat die ist. Séquando. Dann rufen wir einfach den Endgegner. Meine Säge wurden vom Vorsch. Na, der ist ja auch der Endgegner von Tecken. Hahaha. Die hat Selbstherratschi fertig gemacht. Gotta fix it! Gesundheit. Hahaha. Oh. Komm, oh, ka zu wenig Milition. um die eigentlich nur von der einen seite ja auf der anderen seite kommt sehr kommen echt wenige da auch rechts aber obwohl recht ist gerade neben euch dann gewesen ich habe jetzt mit der einfach schon keine munition mehr das recht herz aller liebsten weil hier so viele leute kommen ja das ganze machen wo stehst du denn dahinten schock gehen wo denn wir haben keine schon mal los doch soeben auch 100 pro hinteren wagen der kann auch durchaus in den vorderen sein oder etwa und zwar der auch hier vorne drin war nicht ganz hinten nein nein alle nicht ach doch kommen nein der war nicht ganz hinten drinne konflikt lösen ja ja man muss einfach nicht stille treppe ja klar in die treppe harry potter soll sich die treppe in minecraft in die harry potter genau da hast du dich an den gleichen gedanken aber ich glaube der taser typ ist echt mal tot aber vorsicht und sonst geht uns rage grittet der homer gleich nie wieder das heißt nicht rage gritten der macht den nils er hat ja gesagt das war eine coole aktion wer wäre dann der coolste bei uns oder guck mal ist hier der chinese irgendwie dabei warte wir lassen mal schießen bitte ich habe noch einen zack einer von ist weg ja junger mann du hast mir die folge klaut die kabelbinder dafür sehe ich aus wie helloween mein freund deine mutter sieht aus wie helloween der war hier ist offen da ist gar keiner drin alter was ist hier los was denn die sind mit einem leeren wagen da oben gefahren er ist 100% hier drin ja der war ganz hinten und der homer sagt er das ne hier ist er nicht doch da ist er doch das ist der nein das der eine ist er das ist er doch das ist er das ist er ne das ist er alter homer so hat er mal die anderen beiden auf den boden da läuft doch im spaß wo ist er denn jetzt diese verfickten typen die man immer da animieren muss zu laufen ey er läuft doch wie ein schwerbehinderter wie kotzt du mich sowas von an er läuft besonders besonders ja er läuft wie nils komm doch jetzt mal das finde ich jetzt ein bisschen gemein was du gesagt hast krass echt kann der chineser doch nichts für der chineser ja tut mir leid für den chinesen ja echt brennt der lang wenn der auch so ein gelbes regen cape anhatte dann wäre der komplett gelb der typ rassismus tv der neue propagandasender hier ja boah man brown äh ne brown tube äh komm lauf doch du chineser oh pass mal auf kallgleist jetzt lauf doch hoch ey na mala jetzt sind die doch so fleißig was macht denn der reisefresser hier der kann ja nix der kann ja nix alter jetzt komm hier rein man der kann ja gar nix sehen ... ... entspricht sern vorbei Wo, 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 wo. Alter, du. Alter, jetzt lauf doch weiter. Dann mach doch, du. Der bleibt einfach sitzen. Ich bin getasert. Der ist echt ne Zecke, der Typ, ne? Oh, danke schön. Einer mit Schild. Jetzt bin ich getasert. Oh, jetzt bin ich getasert. Ich bin getasert. Ich muss hier, ich muss... Ich auch. Ah, der eine Taser ist tot. Den hab ich gekillt. Aber da unten ist noch einer. Oh, jetzt bin ich tot. Nein, bist du nicht. Da auch bin ich. Nein. Moment mal. Ich hab nicht mehr viel Leben, ne? Da steht irgendwie... Ich hätte noch Leben, aber... Alter. Ich check das nicht. Nur weil dieser Spast nicht nach oben läuft. Was soll denn der Rotz? Ey, ey, ich weiß Alpha-Spiel. Die Tree Alpha. Boah, ich hab dich grad noch so gekriegt, Homer. Das war ganz knapp. Lauf jetzt mal, du Spast. Ja, den musst du nur übel anschreien, dann macht er das. Kommt ein Schild-Typ, da kommt ein Schild-Typ. Wo, wo, wo? Das ist ein Next-Gen-Feature. Oh, da ist er. Kill him. Ja, they're running Chinese, ey. Ich hab keine Muni. Alter, wie viel Leben hat der Spast? Jetzt kriegt er aber Gas hier. Wo ist denn unser Chinesen-Freund da da oben? Ja, da hat ihm jemand gesagt, da oben gibt's Nudeln. Ja. So, setz dich mal da rein. Ey, diesen Sitz, ne, den find ich ganz cool eigentlich. Den händ ich gern für zu Hause. Ja, ich auch. Ja, ich nicht. Aber egal. Aber an den Eiern würde mich das ein bisschen stören, ganz ehrlich. Guck dir das mal an, Homer. Was für Eiern? Ja, guck mal hier, da unten drunter. Das Ding da. Der guckt ein bisschen hohl, muss ich sagen. Ja gut, der ist auch hohl. Soll ich hier mal ne Muni-Kiste hinpacken? Komm, ich mach hier mal ne Muni-Kiste, oder? Dann sind übrigens irgendwo Sniper da unten. Ne, das war gar kein Sniper. Ach, fuck, der ist ganz da hinten auf dem Gerüst, ist ein Sniper. Ja, ja, den Kran hab ich. Jawohl, sehr schön. Den Kran hast du, sagst du? Ja, den Kran habe ich auch. Komplett. In deinem Anus, ja. Soll ich mal ne Lebenstasche, also ne Arztasche schmeißen? Warten, glaub ich. Ja, ich glaub, warte echt noch. Am Ende wird's noch härter. Weil am Ende muss man den noch quasi über die Brücke weiter und das ist dann richtig krass. Das wird richtig hart. Vor allem, wenn der Sturmangriff nicht aufhört, oder? Wie war das? Ja, der hört, ja genau, der ist immer da. Aber man muss... Ich stehe auf dem Chinesen drauf. Welches ist auf dich drauf? Ich stehe auf dem Chinesen drauf. Er muss auf der, auf der, auf die Holzrisseer. Dann... Nein! Nochmal. Aua! Boah! Sniper irgendwo. Incoming! Ich glaube, euch ist der Ernst der Lage bewusst. Mir nämlich nicht. Boah, ich wurde gerade heftig vom Sniper getroffen. Ich hab dir mal ne Bukake gegeben. Scheiße! Ich hab da gefeiert. Ja. Ich hab da gefeiert. Und Tentakel. Ah! Schöne Hentai-Futanaris. Wie gut du dich damit auskennst, Alter. Natürlich. Hentai ist mein zweiter Vorname. Achso. Echt? Quille Hentai. Pascal Hentai von Hodentown, oder was? Ja. Das wär ein geiler Name, Pascal Hentai von Hodentown. Ich hab dir ne neue Marke geschaffen, mein Freund. Quille Hentai von Hodentown, oder was? Hört sich sehr exquisit an. Hehehe. 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 Ich bin da und sammle das Paket ein. Dann fliegen wir jetzt endlich mal los. Dauert noch bissl. Also wenn der jetzt hochgeschossen wird und wir hier drauf stehen. Alter, schon wieder Sniper von überall. Da kommt das Flugzeug, da kommt das Flugzeug. Alter. Ich glaube, wie das fliegt. Da ist schon wieder einer aufm Kran. Fuck. Hä, das Flugzeug gibt's weggeflogen. Ja, ein Flugzeug fliegt irgendwie vorbei. Eins liegt hier vorbei. Oh mein, ich hab dein Eier. Das macht den Ballon kaputt, komm. Hehehe. Hallo, ihr müsst das Ding wieder aktivieren. Mach ich doch gerade. Mach ich doch. Mach ich doch. Ich bin noch dabei. Ah, jetzt ist er höher. Okay. Der macht jetzt einen Stratosphärensprung. Na Achtung, hier kommt gleich einer hoch. Das ist äh... Ich bin ein Löwe, der über seine Savanne herrscht. Bam! Oh, an Sam Wischer. Hey, du bist einfach nur ein Psychopath, der über einen Chinesen herrscht. Oh ja, ist das gleiche. Die Savanne und Chinesen sind gelb. Ne, dasselbe. Machst du das selbe? Kommt noch einer von unten an der Treppe... An den Treppen sind noch ein paar... Ah, kann nix. Der kann auch nix, aber... Bilden wir einen Kreis und dann... Ab geht's. Na ja, klar. So, jetzt kommt das... Oh, da kommt das! Alter, wieder hat mich professionelles angekommen. Pass auf. Ey, der ist einfach unter meinen Füßen weggeflogen. Ist man nicht eigentlich tot, wenn man so schnell weggestoßen wird? So, frag mal deine Mutter. Frag mal deine Mutter, Quillequalle, dass ich dabei war. So, wir müssen fliehen. Und der... Ist das jetzt wirklich so, dass der Sturmangriff nicht endet? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Also ich mein schon, der Sturmangriff ist sehr lange. Ich glaube, der endet nicht. Heelt down. Ich hab keine Muni mehr. Ja. Ja, ich kann mal eine droppen. Die Arzttasche kommt aber erst später, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, er kommt noch mehr Leben. Hm? Wir haben noch Muni gedroppt. Ja, dann sollte sich jeder nochmal auffüllen. Okay, ich glaube, Arzttaschen werden doch nicht so scheiße. Ja, weil jeder hat... Also es hat keiner mehr Leben. Ja, und bevor wir gleich... Ja, genau. So, jeder noch einmal heilen und dann die Party ab. Ist klar. So. Kann ich nicht wieder... Ah, jetzt sehe ich weg. Er ist doch mit der Knappe. Erstmal alle Waffen nachladen. Alles durchladen. Erst Arbeit und dann... Werte, Werte, Werte gewinnt. Ist das von... Ja, komm mal, wo seid ihr denn? Oh! Losgates. Servus, ich werd hier so krass beschossen, echt von wo, bei mir ist gar niemand, bei mir ist auch nichts Du bist aber hinten, komm wieder nach vorne, bei dir ist gar niemand, Alter, WTF, ich hol dich, ich hol dich Was ist denn der Sniper? Aufm Kran, aufm Kran, aufm Kran, schon wieder, Alter, wie viel Sniper sind auf dem Kran drauf Lebt der, ah ja, da lebt der immer noch, scheiße Aua Ich seh den nicht Ich seh den auch nicht Ah, da, jetzt, ich hab ihn Ja, sehr gut Okay, weiter, oder Wenn man sich duckt, sieht das so aus, als würde man ehrlich gesagt mit seinen Eiern aufm Boden rutschen Macht man auch Shield, shield, shield Das ist wie so ne Schnecke, das schiebt wie so ne Spur hinter dir her Weil die Shieldsiezen sind beide dauernd Und da kommen jetzt ungefähr zwei Milliarden Menschen Ja, ja, das ist der Part, wo ich und Humberger krepiert sind Ja, hier bin ich auch krepiert Aber gerade geht's So weit war ich glaub ich auch schon mal Alter Oh, fuck Fast gar keine Muni mehr, ey Keine Malek Tasche hab ich jetzt bekommen, mit Level 20 bekommt man die Oh, fuck Oh, fuck Alter, was geht denn ab? Äh, keine Ahnung Alter, ich versteck mich hinten im Auto, die treffen mich trotzdem Ja, das ist irgendwie Ja, das ist ganz safe Oh, jetzt ist die Muni hier auch noch leer Scheiße Ja, das ist gerade auch mein Problem Oh, Mann Ich kotze mich das an, ey Das ist so blöd, dass die Muni nicht automatisch nachgeladen wird, sondern erst wenn man dann nochmal schießen will Ah, von hinten kommt einer Ja Kann mich irgendwer wiederbeleben, hier ist man momentan sicher bei dem Auto hier Naja, ich steh ein Auto dahinter und dann bin ich ganz schön am Arzt Ne, ganz ehrlich, da... Da kann man nicht noch wiederbeleben Drei Geisern Steht die Arzttasche noch? Weißt du was, ich lauf nochmal zurück, ey Ja, ich auch Ich hab nämlich gar kein Leben mehr Dann können wir, glaub ich, auch nochmal ne Geisel so klein Äh, die Arzttasche ist weg Ne Das ist die Munitionskiste Fuck Ja, dann Könnt die nicht irgendwo hinten Geisen irgendwie wieder... Ja, aber werden die sich irgendwo angezeigt? Ja, aber das dauert immer ein bisschen, bis die... bis das geht Aua Wachen wir denn jetzt? Ich hab keine Ahnung Aua Ich halt auf jeden Fall nicht mehr viel aus Ne, ich auch nicht Nur mal, vielleicht, wenn du dich... Ne Wenn ich dich revive, dann kriegst du ja wieder mehr Power, oder? Joa Ja komm, dann warte mal Hinter uns kommt einer Ja Ich bin gleich tot, oder? Er schießt mich doch einfach Tja, irgendwie nicht Da will ich... Da will ich einfach nicht erschießen Jetzt Okay, aber jetzt kommen da wieder mega... Alter, jetzt sind da 5 Stück, oder so Hinter... einfach hinter die Kiste da Und dann kannst du mich von da aus wieder beleben Tja... Alter... Was? Alter, was zur Hölle? Was? Wie viele da sind? Alter... Das Haus... Nein Äh... Zahler ist... äh... Hausgetimedoutet Alter... Tja... Das... äh... Das kannst du vergessen Okay, wir sind alle tot Tja... Tja... Tja...